Come on, Baby, come on! Hull! Kommt die Dramatik nicht so raus? Ich hoffe, man kann nicht auf dem Film sehen, dass ich gar keine Hose an habe. Schön zu sagen. Kann ich jetzt wieder ins Bett? Ungefähr alle drei Wochen kommt ein Versorgungsschiff nach Gambier. Container, die im Weg sind, werden kurzerhand auf einer Plattform abgestellt. Als erstes kommen die Benzinfässer an Land. Eine Tankstelle gibt es in Gambier nicht. Dann folgt das Stück. Und der Gabelstapler. Leere Fässer werden dafür im Tausch zurückgebracht. Eigentlich spricht nichts dagegen, unter schwebenden Lasten zu fahren. Als letztes sind die Gasflaschen dran. Einige Segler kaufen gleich ein ganzes Fass Benzin. Und die Matratze hat auch ihren Besitzer gefunden. Oh! Ey, pal ». 챙fügt die Dramatik! Sahel rein? Ja, ja, ja! Auf Tahiti kann man zum Kopf von diesem Wasserfall wandern. Der Weg führt quer durch die Wildnis. Und an steilen Hängen hoch. Das ist wirklich faszinierend. Es ist viel leichter als es aussieht. Nach zweieinhalb anstrengenden Stunden haben wir das Becken endlich gefunden. Makatea ist ein gehobenes Atoll in Französisch-Polynesien. An Moorings hängt man vor den Ruinen einer Verladebrücke. Ein spuky Platz direkt vor der heftigen Brandung. Dieser brodelnde Kessen nennt sich Hafen auf Makatea. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir können nun einsteigen. Auf Tikehau finden wir Südseefieling. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Unsere Schiffshalter unterm Boot ködern wir mit einem Knochen an der Schnur an. Wir sehen uns beim nächsten Mal.